Unsere Welt verändert sich. Sie ist kleiner geworden. Durch neue Kommunikations- und Vertriebswege rücken Kontinente und Märkte immer näher zusammen. Der schnelle und vor allem sichere Transport von Bahn und Gütern ist dabei eine Selbstverständlichkeit. Intelligente Verpackungslösungen machen es möglich. Eine Welt ohne Verpackungen ist kaum mehr vorstellbar. Ob Wein aus der Steiermark oder Hightech für den weltweiten Einsatz. Mit der richtigen Verpackung erreicht alles sicher sein Ziel. Die Basis dafür bilden hochwertige Wellpapyro-Papiere von RONDO. Am Stammsitz der RONDO GANAL AG in Frastanz in Vorarlberg werden diese mit modernster Technik produziert. Mehr als 300 Mitarbeiter fertigen hier jährlich rund 110.000 Tonnen Papier und 150 Millionen Quadratmeter Wellpappe. Die Grundlage für ausgeklügelte Verpackungskonzepte nach Maß. Und ob es nun um Papier oder Verpackung geht. Kompetenz, Service und Schnelligkeit machen RONDO zum zuverlässigen Partner. Das Unternehmen der Familien GANAL gibt es bereits seit über 200 Jahren. Zu Beginn des letzten Jahrhunderts wurde die Vorarlberger Papierfabrik in Frastanz gegründet. Es folgten weitere Meilensteine mit der Inbetriebnahme einer Wellpappe-Fabrik vor Ort, der Übernahme eines Altpapiersammelbetriebes in Hall in Tirol und der Eröffnung von weiteren Wellpappe-Werken in der Steiermark, Ungarn und Rumänien. In der Papierfabrik in Frastanz schließt sich der Recyclingkreislauf, wenn aus Altpapier, weiße, geflammte sowie braune Testlinersorten auf modernsten Anlagen hergestellt werden. Allesamt 100%ige Recyclingpapiere, die durch hervorragende Lauf-Eigenschaften, einwandfreie Bedruckbarkeit und erstklassige technische Werte überzeugen. Der rege Wissenstransfer mit dem unmittelbar angrenzenden Wellpappe-Werk sowie die dort kurzfristig realisierbaren Testläufe machen RONDO einzigartig und ermöglichen eine kontinuierliche Weiterentwicklung von Prozessen und Produkten. Dank dem permanenten Dialog mit den Kunden können individuelle Bedürfnisse und Ansprüche rasch erkannt und umgesetzt werden. Denn anspruchsvoller Service und erstklassige Qualität zeigen sich bei RONDO immer in der Summe vieler guter Leistungen. Qualitätskontrollen stellen dabei sicher, dass nur einwandfreie Papiere geliefert werden, damit die Kunden von RONDO ihre Produkte sicher, schnell und ohne Ausfälle herstellen können. Willkommen bei RONDO. Willkommen im Zeichen der Qualität.